Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 28. Oktober 2017 Der Tod Kein Angst Diese Karte, der Tod, bedeutet nur im seltenen Fällen wirklich ein Todesfall. Ich schließe natürlich nicht aus, dass jemand momentan in einer erbschaftlichen Situation befindet und das hat mit einem Todesfall zu tun. Aber diese Karte, der Tod, bedeutet in den meisten Fällen etwas zum Ende bringen. Das ist nicht unbedingt eine Trennung oder schmerzhaft, sondern ein gutes Gefühl. Etwas beenden, etwas fertig machen, etwas zum Ende bringen. Dann können wir aufatmen und auch etwas Neues beginnen. Und das ist die heutige Tagesenergie. Und das sollen wir konzentrieren, dass wir etwas beenden, etwas fertig machen. Diese Energie ist natürlich allgemein. Möchten Sie gerne wissen, in welchem Energiefeld Sie momentan befinden? Und was soll der nächste Schritt sein? Was kommt dann in die kommenden Tagen oder Wochen? Oder stehen Sie vor einer Entscheidung und brauchen Sie einen guten Rat? Oder haben Sie schon die Entscheidung getroffen und brauchen Sie eine Bestätigung? Es gibt auch so viele Fragen, was den Alltag betrifft, wie zum Beispiel, liebt er mich noch? Kommt er zurück? Ist sie treu? Werden wir zusammenziehen? Werden wir heiraten? Werden wir ein Kind bekommen? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Ist das überhaupt meine Berufung? Soll ich diese Schulung machen? Kommt ein Umzug? Soll ich meine Eltern besuchen? Soll ich diese Reise buchen? Und, und, und. Und diese Fragen, was unseren Alltag betrifft, sind auch sehr wichtige Fragen. Das zu beantworten braucht man keine ausführliche Analyse. Aber ein guter Rat ist natürlich Gold wert. Und dazu eignet sich ganz gut ein Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Per E-Mail. Sie schreiben ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und stellen Ihren Fragen. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasusannamedici.com Ich werde diese E-Mail persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich wiederhole mich. Ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Smooth evil. Diener manos nadzieję. Vielen Dank.